Also zwei unheimlich schöne Trucks gesehen hier auf dem Rastplatz. Guck mal Leute, ist ja nicht schön. Sieht ja nicht so richtig gut aus. Isuzu! Auch unheimlich schön gemacht. Das Auto. Ein richtig schönes Auto. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn, was die da an Dings haben. An Spiegel. Na gut, die meisten gucken ins Leere. Das werden sie bei uns gleich rausziehen. Oben viel zu viel Scheinwerfer dran. Ja, schönes Auto. Schönes Auto. Wie bei uns, da wird die Wäsche getrocknet. In der Pause. Vorgeschriebene Lenkzeiten einhalten. Das kennen die glaube ich gar nicht hier. So wie bei uns hier. Die Wäsche. Wird getrocknet hier. Ach du Scheiße. Da kommt ja ein geiler Bus rein. Das ist Hammer. Das ist Hammer. Guck doch mal den Fuß an. Wahnsinn. Unentsprechend. Wie weit weg weg. Wir steigen. Wunderschöne. Wunderschöne. Wir sind nicht schön. Wir sind schön. Wunderschöne. 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 Ja, das war's.